yo leute ich hab die verlost google play karte ist genau hier genau hier ich weiß dass ihr sie haben wollt ich weiß unbedingt wollt ihr sie haben sie ist genau hier in meinen händen google play google play 15 euro leute die auflösung ist am montag naja und auf jeden fall wird es gewürfelt ja ja es wird gewürfelt der gewinner wird gewürfelt wir gucken ob wir so zwölf leute zusammen bekommen sonst ja ich glaube bis jetzt haben sich acht oder sowas beworben naja auf jeden fall dann wirfeln wieder so und die gewonnene zahl also jeder der unten in die kommentare geschrieben habe bekommt halt der erste der geschrieben hat die nummer eins bis zum letzten mal ja und der letzte bekommt dann halt keine ahnung wie nur 89 kommt darauf an wie viel es hat dann bis montag sind auf jeden fall es geht hier um product placement für supercell collage of clans und ja auf jeden fall jetzt kommt das royal was hast du jetzt auch noch heyday oder sowas boom beach nein nein also es geht an die hier schreibt mir jetzt könnt ihr noch in die kommentare schreiben ob ihr sie haben wird auch nicht verlosen 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 ja auf jeden fall ja das ist jetzt so ein kleines info video der verlösung ja ja und dann am montag bekommt ihr dann vielleicht den code vielleicht auch nicht einer von euch die sich beworben haben bekommen auf jeden fall bis dahin wünsche ich euch noch ein schönes wochenende